safra rum ist das der richtige rum für dich das verrate ich dir jetzt ich bin der rumschnacker falk redlich und mit dem safra 21 aus panama kommst du als fortgeschrittener richtig gut zurecht er ist nichts für den einsteiger dafür hat er zu rauchige noten ansonsten bietet er eine leicht papaya note und karamell anleihen er ist mittelkräftig ausgeprägt bietet ein relativ langes ende und dadurch dass er eine sehr dezent gesetzte süße hat passt er in den ersten teil des fortgeschrittenen lass dich verzaubern und ein like da schönen abend noch